Als nächstes möchte ich mit euch jetzt noch ein paar Beispiele über die ideale Gasgleichung rechnen. Wir haben also Druck mal Volumen ist gleich N, Anzahl der Moleküle in Mol, mal die ideale Gaskonstante mal Temperatur in Kelvin. Ich habe jetzt einen Kommentar bekommen zu den Videos, dass ja alles ganz klar, aber R sei irgendwie so eine mysteriöse Sache, eine mysteriöse Konstante. Deswegen schreibe ich das jetzt mal anders hin. Druck mal Volumen ist gleich R mal NT. Und ich hoffe, dass ihr euch schon klar geworden ist, dass Druck und Volumen proportional ist zur absoluten Energie in dem System. Also die Temperatur ist ja die durchschnittliche kinetische Energie pro Molekül und N ist die Anzahl der Moleküle. Und R ist einfach eine Konstante. Ich habe also hier Mol mal Kelvin und Druck mal Volumen ist also Druck pro Fläche mal Volumen. Das ist Druck mal Abstand, was letztendlich Joule ist. Auf der linken Seite habe ich also Joule. Was macht also die ideale Gaskonstante? Wir wissen, dass links und rechts proportional ist und das setzt das Ganze in das richtige Maß zueinander. Das ist eigentlich alles. Es hilft uns von einer Welt aus Mol und Kelvin in eine Welt aus Joule hinein zu kommen. Beispielsweise Druck mal Volumen und Kilopaskal mal Litern. Was auch immer die Einheiten von Druck und Volumen sind. Letztendlich kommt Joule heraus. Also die Übersetzung zwischen den zwei Welten, da hilft uns diese Konstante R einfach damit. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt nehmen wir mal an, wie viele Gramm Sauerstoff haben wir in einem 300 Milliliter Becher unter einem Druck von 12 Atmosphären. Und die Temperatur ist 10 Grad Celsius. Okay? Jetzt schauen wir uns mal die ideale Gaskonstante an und verwenden die in dem Beispiel. Der Druck ist also 12 Atmosphären. 12 Atmosphären. Ich lasse mal die Einheiten, so wie sie waren, mal das Volumen. Das Volumen soll den Litern sein. Wir haben also 300 Milliliter, sind also 300 Tausendstel Liter oder 3 Zehntel Liter mal 0,3 Liter. 300 von einem Tausendstel Liter, ein Milliliter sind Tausendstel Liter, sind 0,3 Liter. Ist gleich die Anzahl der Mol, die wir haben. Und das ist ja das, was wir herausfinden wollen. Also gleich N mal R. Welches R nehmen wir jetzt also? Wir haben Litern Atmosphären, also nehmen wir diese Konstante hier 0,082 mal 0,082. Wie ist unsere Temperatur? 10 Grad Celsius. Wir müssen alles in Kelvin rechnen, also 283 Grad Kelvin. Gut, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt nach N auflösen. Also müssen wir dadurch das hier in der geschweiften Klammer teilen. N kommt also raus. N ist gleich 12 mal 0,3 Liter geteilt durch 0,082 mal 283. Und die Antwort wird also in Mol sein. Und das rechnen wir jetzt aus. Und ihr könnt euch das nochmal anschauen. Ich habe jetzt mal die Einheiten weggelassen. Und die Einheiten sind natürlich wichtig und die sind bei der Jahrgaskonstante dabei. Also 12 mal 0,3 geteilt durch 0,082 geteilt durch 283. Was kommt raus? 0,155 Mol. 0,155 Mol. Kommt raus. Wie viel Gramm ist das jetzt? Dazu müssen wir wieder wissen, wie viel Mol ein Gramm ist. Ne, wie viel ein Mol ist. Ein Mol Sauerstoff. Was wissen wir? Sauerstoffs atomare Masseneinheit ist 16. Also ein Molekül von dem O2 hat zwei Sauerstoffatome. Also hat es eine atomare Masse von 32. Die atomare Masseneinheit ist 32. Also ist die molare Masse 32 Gramm. Wir haben aber kein ganzes Mol. Wir haben 0,155 Mol nur. Also haben wir 32 Gramm mal Gramm pro Mol, genauer gesagt. Ups. Also 32 Gramm pro Mol mal 0,155 Mol. Was kommt dann raus? Rechnen wir es mal aus. Also wir haben 32 mal 0,155 ist gleich 4,96 Gramm. Also ungefähr 5 Gramm. Wir haben ungefähr 5 Gramm Sauerstoff. Hier drin molekularen Sauerstoff in unserem Becher.